hallo hier war ich kühle mit rechts auf der kohle zum haus den kanal und mal wieder zurück zu archie's death night ja mein lieber freund matteo den ich dir schönen grüße hat mir gesagt es gibt noch ein anderes ändere und das schauen wir mal ne wir sollen einfach nur auf continue drücken und dann mal irgendeinen blauen knopf drücken später mal mal schauen vor allem noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dies hier gar nicht machbar zu resieren wäre vielen lieben dank dafür wir wollen ja jetzt hier dieses secret ende hier nur noch sehen oder ich hab schon so lange nicht mehr gespielt ich weiß schon gar nicht mehr hier ja gratulatio allerdings hier all right auf ich auch k ja mal Ah, die Power muss ja alles machen. Darum ist auch meine Maus kaputt. Weil ich immer die linke Maus-Taste drücken muss. Darum ist da... Ich glaube da... Ich glaube da ein kleiner Bucky, oder? No. Ah, cool. Äh... Ich hab grad gedacht, ja was ist los? Er geht gar nicht mehr, ne? Wo hast du hier, ne? Ja, warte mal. Mal gucken hier, ne? Ist er jetzt bald fertig mitreden? Ja, er labert und labert und labert. Was? What? Why? Why? Ich zeig... Alter, leg mich doch in den Kopf her. Steigt mein Rucksack. Dann möchte man hier, dass ich sie kurz endlich erschaffen und dann passiert sowas, ne? Shut up. Ich mach jetzt mal gar nichts. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Ich mach jetzt gar nichts. Bleib einfach im Monitor. Ah, ich muss da alles nicht noch anmachen, ne? Wär mal von Vorteil, ne? Dann seh ich auch. Dann seh ich ihn auch. Vielleicht. Äh, wann wir ja das Licht anmachen. Ich lass einfach mal das Licht an. Ich lass das Licht an. Ich lass das Licht an. So probieren. Das seh ich gleich ein bisschen mehr, ne? Das ist so umständlich hier. Also, dass man hier einmal den Schalter da hoch macht, ne? Und man hat dann hier... Er macht dann automatisch. Nein, man muss immer drücken und äh, äh, äh. Also, es ist sehr unglücklich gelöst. Würde ich mal sagen. Sehr unglücklich. Das ist so... Es ist so... Ich weiß, ich hab's nicht an. Aber ich muss aber sehen, ne? Ich muss aber sehen. Er kommt ja da, ne? Er kommt ja da. Frustrierend, da immer drauf zu drücken, Leute. Man kann sich das nicht vorstellen. Schmeckt. Ah, schmeckt. Alright. Ich muss ja ein bisschen hochpumpen, ja, ne. Ah, bam, bam. Bam, bam. Nee, also, dieses... Mateo, sei aber nicht böse, aber das mit diesem... Muss drücken, 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 das ist so... So kacke, ja. Das ist für... Zum spiel. Sowas von frustrierend. Ich probier's jetzt auch einmal. Shut up. Shut up. Das ist so frustrierend. Weil man hockt dann die ganze Zeit hier und... ...mürgt sich eins ab, ne. Man kommt nicht vorwärts richtig. Und dann mittlerweile ist er da, ne. Der andere... krank. Und das ist nervig. Und sehr nervig. Wenn das besser wäre, dann wäre es nice. Aber so ist es echt frustrierend. Und wenn man ja permanent nur hier am rumhusteln ist, ne. Und man ja gar nicht so richtig hier im Flow kommt. Aber das ist ja der Grüne wieder da, weil man ja hier, siehe... ...sich über das Teil da ärgert, ne. Ah, das ist glatt. Kommt er? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Kommt er. Ärgerlich hier. Scheiß Ding da. Und dann immer anderer Raum, die soll, muss man... In dem Raum passiert er sonst gar nicht. Wo du nur... Äh, äh. Äh, ne, 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 ne. Ich krieg schon halt die Krise hier. Da hat er Zahnlose. Hau ab, du. Hau ab. So, jetzt können wir hier mal wieder energy machen, ne. Ah, man. Ich sag's nicht. Beste Busschen. Aber wenn ich jetzt hier den Löffel abgib, dann... Ende gelände, ne. Äh, wisst ihr ja. Ende gelände, aus wie man es. Dann gibt's nichts mehr, he. Dann gibt's keine Geschenke mehr. Ah, ist ja noch da. Ääääääääaand. Nup. Ich kann noch einen Krampf hören. Kommt da der Grüne. Na jetzt kommt der. Ich sag's euch. Passe hier mal auf ein bisschen. Nein. Nope. Cheeeeeeeel. Jetzt macht's kein Geräusch mehr. Jetzt ist der Schalter kaputt. Pff. Er schmeckt. Der kommt auch nicht. Er ist noch nicht da. Wo ist er jetzt? Er kommt nicht. Nee und dass man da übers Licht anmachen muss. Damit man das sieht. Warum? Er ist weg. Er ist weg. Jesus Christ. Er ist weg. 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 Feierabend. What? Kommt da schon einer? Oder nicht? Co denn? Es ist weg. Hier ist kein Geräusch. Er ist weg. Was ist weg? Was ist weg? ...weilen Sie auf Einfluss? Es ist weg. Nein. Hallo? Jetzt hat er keinen Bock mehr oder was? Jetzt hat gar keiner mehr Bock zu kommen. Haben sie alle die Schnauze voll? Jetzt kommt keiner mehr. Alle die Schnauze voll? Voll Schnauze hier! Hörp! 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 Ich seh dich! Ah, Energy langt! Energy langt! Bis zum Ende! Hoffe ich doch, ne? Ah, ja! Yes, baby! Up and away! Bloss kein Fehler jetzt mehr machen, ne? Soll ich hier Ende die Gelände aus dem Haus. So, jetzt pass auf! Irgendwas blaues. Er hat gesagt blau. Wem ich noch dran erinnern kann. Richtig. This is your last time. Es ist gut, ich habe klick hier. To close the world. If you delete all this, there is a blue button. But please do not open the file in it. If you delete all recordings, click on finish and go home. What? Ich drück mal den blauen Button. Oh, der Red Button? Ich drück diesen blauen Button, aber da geht gar nichts. Hä? Mysteriös. Hä? Na, pass auf. Ich werde gespannt. Weil die Zeilen verschwinden ja, ne? Ich drück jetzt mal blau. Blue. Das war jetzt dieses kleine Secret. Interessant. Cool. Jetzt haben wir das auch gesehen, ne? Archie's Pizza Palace. Credit. Nice one. Sehr interessant, ja. Jetzt haben wir das auch gesehen, ne? Dieses zweite Ende. Wir sind ja nicht nach Hause gegangen. Wir haben den blauen Button gedrückt, ne? Wie bei Vatrix. Err, err, err. Shoutout. Kein Sense, nur ein Shoutout, ne? Was heißt eigentlich Shoutout? Schreien an? Nun denn, nun denn. Good Ending, Bad Ending, Secret Ending. Wir haben immer noch kein Secret Ending. Wir haben das Gute und das Schlechte. Aber noch kein Secret Ending. Das war also das Bad Ending. Und wir werden uns freuen, wenn wir uns einschalten. Wir werden uns auf unseren Rosti-Kanal. Bitte bewertet euch das Video. Schreibt bei Silikon und Haare. Aktiviert den Glocken, wenn ihr kein Abo habt. Computer drücken. Press den Button zu Subscribe, sonst genießt das Leben. Habt Spaß, passt auf euch auch drauf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschö, wenn ihr wünscht in den Rosti. Say goodbye. Stay out to my friends. Und grüße hier raus und die Eintgenossen zum Matteo. Ciao, ciao. Bye.